ja hi willkommen mein namen ist an ihrer ip und ich begrüße euch zurück zuletzt bei text zu ja ja wieder ist immer noch nicht so ganz auf dem damm wir sollten uns ein bisschen ausruhen und ja gut denkt gerade darüber nach was wir tun könnten damit sie sich ausruhen und was er sich ausgedacht hat das sehen wir es kein problem ich bin mir sicher wir werden zufällig eine finden gehen wir zurück zum hotel und probieren ich habe das gefühl die quest hätte ich früher machen können aber ich weiß nicht woher ich das ja egal dafür bezahlbar na gut wer hat das gedacht wir haben herzkraut gefunden es hat zwar unendlich lange gedauert und war verdammt schwer aber sie an wir haben eins gefunden es hat uns sehr viel bürger kostet aber für dich machen wir es natürlich man kann ich habe es so mich kann komme ich habe es nicht okay ich fühle mich ich kann ich habe ich kann Es war eine Allergie. Sie würde sie nicht kniften? Vielleicht ist es ein einziges Aspekt von Mila? Entschuldigung. Ich werde es sofort rausziehen. Das ist Spaß. Ich habe nie gehabt. Hiccups wie vorher. Das macht mich vergessen. Es geht alles um meine Schmerzen. Danke, alle. Oh. Keine Probleme. Also, uh, jetzt was? As long as Mila is happy, I said we can move right along. After all, there is no better medicine than laughter. Haha, exactly. Na gut. Es hat sich hickt jetzt in jeden Kampf herum. Das würde ich gerne sehen. Verwendet, Herzkraut. Okay. Ich denke mal, es wird irgendwann auch noch hier auftauchen. Na, 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 na. Okay, ja nicht. Du hast eine Quest. Das erkenne ich an den Ausrufezeichen. Sorry, ich konnte nicht mit dir zu sprechen. Ich bin Carla Outway. Es ist schön, dich zu treffen. Ich bin Mila. Rowan. Es ist ein Freude, dich zu treffen. Carla ist ein Historiker und der Tiefel. Ich bin sehr admirabel von dir. Nicht überhaupt. Und wie geht es dir? Du hast das Tournament, richtig? Das macht Elise eines der jüngsten Winters. Ich bin der Tiefel. Ich bin der Tiefel. Ich bin der Tiefel. Ich bin der Tiefel. Es war bestimmt Son Goku. Es war Ersten Outway. Ersten Outway? Ersten Outway? Ja. Oh. Wenn mir jemand den Titel als Professor Doktor abstreiten würde, dann gibt's feuchte Ohren. Die merkwürdig beliebte Carla. Wir sind doch in Shandu. Was ist denn hier los? Wann geht das hier schnell mit den Quests? Hi, ich bin Carla Outweig. Ich bin Leia, Leia Rolando. Hey, ich recognize dich. Ich habe dich hier in der Stadt gesehen, habe ich? Name ist Alvin. Ich bin hierher. Es ist möglich, dass du mich vorher gesehen hast. Was ist dir selbst? Du musst bist aus der Stadt, wenn du am Inn. Das stimmt. Ich bin von Kambelar. Ich habe nicht nach Hause in einem langen Zeitgeist. Oh, wir sind da. Nicht die größte Reise. Ich bin froh, dass du das hörst. Das warst du mit dem King Gaius? Wir haben. Er ist ein Sternmann, aber klar, dass er sehr dedikten zu seinen Leuten ist. In einer Weise, er war ein bisschen großartig. Ein bisschen großartig? Ja, aber super schrecklich. Warum? Warum kann er nicht einfach so nett mit den Leuten sein? King Gaius nicht immer so war. Du kennst dich über die Battle of Fezabel? Um, also... Es war eine Battle, die auf der Fezabel-Outback 20 Jahre vor, zwischen Roshagal und Azul. Die Battle nur endete, wegen einem gigantischen Tsunami. Keine Ahnung, warum es erinnert, wenn es erinnert hat. Es erinnert, dass es dramatische Veränderungen in der Regen der Spiritschmärmung ist. Das ist wie es auf Fezabel-Marsch wurde, mit all seinen Flügel-Marsch-Warsch-Warsch-Warsch-Warsch. Oh, genau, genau. Die Battle of Fezabel. Ja, es kommt mir alles zurück. Wow, du eigentlich erinnerst? Ich bin ein bisschen schockiert. Du musst dich nicht verabschieden, wenn du nicht wissen. Es ist niemals zu lange, um zu lernen. Oh, Carla, du bist so nett. Du kannst viel lernen, von ihr, Jude. Uh-huh. Während dieser Battle, Gaius lede ein Battalion von Langdao-Soldierern. Selbst wenn er ein Mitglied von einer anderen Truppe selbst. Atme 20 Jahre alt, hat er seine Truppe zu Veristung gegen ein ganzes Regiment der Raschogl-Armee gebracht. Er war auch der erste, um das aufgerichtbare Vomarsch-Warsch zu bekommen. Er erklärte dem Langdao-Ziefen, um zu retten zu werden. Aber der Ziefen sullten sich nicht für die Abenteuerben gebracht haben. Der Tsunami endet ab, als beide Armeen zu schlägern und die gesamte Battalion zu verborgen. also ist er ein schlechter verlierer mein gott warum sind denn eigentlich alle eine frage an carla hat schon wieder aber nicht so ich möchte mir noch ein paar waffen kaufen und dann wollte feierabend machen geht's ja das heißt wir waffen shops aufleveln und so weiter und so dann guck mal und wieder nur zwei und bisschen schon wieder ein paar stunden aufgenommen hat reicht okay vogel ist verdammt wenig dinger sammelt man wie könnt ihr nur so wenig sammeln so was haben wir denn hier noch nicht so hoch aufgelöst okay kann ich was soll es machen die gehad schuhe die sind voll giga lieber ausrüstung verteidigungs rüstung mein gott und wir hängen schon wieder ein ein paar dinger hinterher sag noch mehr jeder kommt der mitte mal mehr kann man es glaube ich nicht leisten da glaube ich doch schon noch genug rüstung nein der vertreter kriegt ja nix auch schon alles aktuell ja ja nein so und er da diesmal im richtigen ausgerüstet so halten klamotten wieder verballern und das war's nachher wenn man ja noch ein paar assist was bekommen glaube ich glaube ich weiß ich heiliges symbol stelle alleine das kampf bunden hat und die weise haben wir bekommen oder noch ein paar sachen das war nicht was aber mal gucken außer geld ausgeben nämlich den laden aufhören kann haben wir noch alles hier das hat für die dinger wenn ich mal ab und zu brauchen sagt da so wenig ich habe irgendwie nie dazu dass das was zu sammeln zu kaufen die machen mich einfach nicht an so dann würde ich mal sagen ich beende hier wieder im part und ja wir sehen uns dann im nächsten part von let's play tales of xilla ich bedanke mich fürs zuschauen und sage tschüss Untertitelung des ZDF, 2020